hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von genus solo heute wird's massiv massive darkness wir gucken einfach mal rein was in dieser ja auch wirklich riesen schachtel drin ist von diesem spiel massive darkness ein dungeon crawler von cool mini or not für ein bis sechs spieler und jede menge miniaturen kann ich euch schon versprechen wie es halt auch der name des herstellers auch schon sagt werden wir hier in der box finden ich werde euch dann kurz erklären was die einzelnen komponenten machen wie das spiel so im groben aufgebaut ist und natürlich wird es in der nächsten zeit dann auch wieder ein richtiges regel video und vielleicht auch einen kompletten play zu geben ich werde dieses video ja es blicken müssen weil nicht nur diese box zur buche steht sondern auch ich nehme mal kurz die kamera ganz viele weitere boxen hier noch eine rolle spielen werden weil ja cool mini or not wer es noch nicht kennt ist auch der vertreiber von zombies seit und wer sonst kennt weiß da geht es nichts ohne erweiterung und mehr helden mehr monster und ja da sind sich simon ihrer reihe treu geblieben und auch hier wieder ganz viele addons dazu es handelt sich hierbei um die kickstarter version wie es meistens ist die ersten projekte gehen immer erst über einen kickstarter es ist aber mittlerweile über asmo die deutschland auch in deutsch erhältlich erstmal nur das jahr core spiel aber auch die erweiterung und addons denke ich mal werden nach und nach dann auch von asmo die dann zur verfügung gestellt werden einzige was ihr wahrscheinlich nicht bekommen werdet sind die sogenannten kickstarter exklusiv das sind halt so ein paar miniaturen und die karten zu den miniaturen die halt wirklich nur exklusiv für die kickstarter version zur verfügung gestellt werden minimiert den spiel spaß aber in keinster weise ist halt nur ein anderer monster typ ja vielleicht eine kleine andere fähigkeit hat aber das spiel selber ändert sich dadurch in keinster weise werde am ende das paket noch öffnen wo auch diese kickstarter miniaturen mit drin sind wer da interesse hat einfach mit reinschauen ja und dann schauen wir ganz einfach mal rein was jetzt hier drin ist schwer und groß ja und da lächelt uns schon etwas an und zwar ja die anleitung hier in der version noch in englisch aber ja deutsch gesagt gibt es die auch schon die anleitung ist gleichzeitig ja auch das storybook das heißt die quests sind hier drinnen im mittleren teil dieser anleitung so dass man auch wirklich nur ein buch hat und wenn man irgendwas an regeln nachschlagen will kann man auch gleich in dem gleichen buch gucken und sehen ob man alles richtig macht ich habe das spiel schon mal geöffnet habe deswegen seht ihr hier schon ein paar zippe beute drin die sonst über gerade diese tokens über punch sports quasi von mir schon rausgenommen worden sind dann haben wir hier ja übergänge brücken treppen die als map teil zu verwenden sind und hier haben wir noch ein paar tokens für ja das stadtgebiet für besondere schätze die man findet oder auch ja objektive die man ja in quest suchen muss ja dann haben wir hier wie es typisch ist für cool mini 100 eine große graue oder braune schachtel in dem fall hier sind jetzt die gesamten miniaturen drin für das spiel öffne ich gleich möchte erst mal euch zeigen was hier noch drin ist und dann gehen wir mal noch zu den miniaturen das heißt die schachtel lege ich jetzt erstmal zur seite und dann gucken wir mal was hier so drin ist okay dann haben wir hier jede menge spielbretter beidseitig bedruckt in hellen und dunklen bereiche sind hier unterteilt das ist auch das hauptkonzept dieses spieles ihr werdet quasi durch einen dungeon geführt wo es schattische stellen gibt wie auch heller leuchtestellen und je nachdem wie ihr gegen die monster die ihr dort findet agiert könnt ihr den schatten zu euren vorteilen nutzen oder die gegner nutzen ihnen zu ihren vorteilen es gibt fähigkeiten die funktionieren im schatten aber nicht im licht und andersherum auch und auch dahingehend wenn ziele euch versuchen zu verfolgen könnt ihr euch im schatten verstecken und dem sinne dieser verfolgung entgehen also dieses spielprinzip ist bisher einzigartig macht auch recht viel spaß dabei vor allem weil die dungeons immer wieder neu strukturiert werden können durch die bereiche sie werden also nicht so kante an kante auch aufgebaut wie es halt in vielen brettspielen so ist und sie werden teilweise auch versetzt dargestellt oder mit diesen brücken elementen verbunden und das halt in jeglicher variante ihr habt also wirklich auch verschiedene räumlichkeiten die kleiner sind größere korridore hier seht ihr momentan nirgends wo auch türen eingesehen das heißt selbst die türen werden modular dann hier auf das spielbrett aufgebaut so dass die räume immer wieder neu gestaltet werden und das gibt natürlich auch eine immense immense möglichkeit für spieler oder für leute die spaß daran haben eigene quests oder eigene kampagnen zu kreieren und da werdet ihr auch im internet garantiert spätestens bei board game geek fündig werden um auch ja persönliche spiele und szenarien dort runter zu laden und diese auszuprobieren also dahingehend endloser spielspaß bei bei so vielen brettern beidseitig türen kann man überall stellen wie man will ja ist dem spielspaß keinen grenzen gesetzt ja was ist noch hier drin und zwar jede menge karten auch das ist für cool mini 100 nicht untypisch dass man sehr viele karten findet hier sind also die ganzen monster also die braunen karten nicht weiter sind ja unsere helden mit denen wir spielen können auch hier sind wieder besondere fähigkeiten die die helden haben abgebildet ja und dann halt die monster in verschiedener stärke in verschiedenen typen mit dem bild hier drauf den namen hier drauf hier sind eventuelle sonderfähigkeiten drauf die die monster haben ich guck mal hier wäre zum beispiel einer da steht dann hier im text drauf ja und ganz wichtig hier unten die angabe wie wie ja wie es um das kampfverhalten des monsters bestimmt wird dahingehend hier die für die nahe kämpfe für die fernkämpfer für die zauberbegabten und für die defensive diesbezüglich auch ganz viel enthalten sind gegenstände ich nehme jetzt mal nicht alle raus sondern nur ein paar zum beispiel jetzt hier das sind ja so startgegenstände glaube ich zumindest nein das ist level 3 ganz normal sehen nur so hell aus ja und die begleiten natürlich die helden auf ihren missionen durch das landchen aber nicht nur die helden ich nehme jetzt einfach mal jetzt hier so ein bogen raus denn grundsätzlich in diesem spiel ist es so dass nicht nur die helden die waffen benutzen sondern auch die monster heißt in dem sinne bevor wir beute machen bei gegnern müssen wir die gegner besiegen mit den waffen die sie bei sich führen die werden zufällig gezogen ich habe jetzt einfach jetzt mal zum bogen jetzt mal die den die bogenschützen ja auch gewählt grundsätzlich ist es beim spiel wenn ihr das dann zieht legt ihr diese karte hier unten drunter und wenn ihr eine fähigkeit habt die hier übereinstimmt das heißt ihr habt auf beiden bereiche eine zahl dann werden diese sachen addiert und die dieser gegenstand kann genutzt werden klar für die bogenschützen kommt der bogen wie gerufen die können was damit anfangen und das heißt dass hier im spiel wir uns gegen den monster typ erwehren müssen der auch noch einen bogen hat mit diversen fähigkeiten was es umso schwieriger vielleicht macht ja diesen zu besiegen würde aber zum beispiel ein nahkämpfer diesen bogen kriegen wenn man den dann hier drunter legt dann erkennt ihr hier ist keine zahl dann würde zwar trotzdem dieser monster typ diesen bogen bei sich führen kann ihn aber nicht nutzen auch da ist ein bisschen das glück immer ja mit uns oder gegen uns ja ob dieser gegenstand den die monster bei sich führen für diese auch nutzbar sind oder nicht aber dahingehend werden alle gegner typen ja fast unbegrenzt eine flexibilität oder eine variabilität anhand dieser gegenstände die gezogen werden dazu also jedes mal wenn ihr also einen was haben wir hier ein ein ja ein diesen ort jetzt hier ziehen würde würde ja ja vielleicht eine andere fähigkeit haben weil er eine andere waffe bei sich trägt und dahingehend wird das total spannend wenn man dann gegen die monster ja einen kampf zieht ja und dann haben wir hier noch einen anderen kartenstab ich nehme mal kurz raus sind eigentlich mehrere und zwar die roten das sind die sogenannten türkarten wie es in ja wie es vielleicht schon die einigen aus zombies seit kennen ist es ja so wenn man eine tür öffnet dann sieht man eine karte und dann wird geguckt welche gegner sich da drin befinden dieses konzept ist hier etwas ähnlich wobei es aber nicht nur monster sind sondern auch schätze die dann gelegt werden je nachdem wie groß der raum ist werden dann auch die entsprechenden gegner typen oder schätze dann platziert also muss man dann immer eine tür ziehen ja dann haben wir hier die grauen karten das sind die ereigniskarten die am runden ende gezogen werden passiert immer irgendwas muss man halt sehen und auch damit ja zurecht kommen und hier haben wir noch mal gegenstände quasi das start equip unserer helden ja und dann gibt es hier noch ganz mächtige artefakte die man finden kann den dungeons die ja werden dann über die quest gesteuert und dann so an unsere helden verteilt je nachdem ob man es schaffen diese zu finden oder nicht ja und dann haben wir hier ich nehme mal nur einen raus ganz viele blöcke blöcke zum beschriften und zwar ist es in dem bei massive darkness so dass man nicht nur einen helden hat der eine bestimmte fähigkeit hat sondern jeder hält hat auch eine bestimmte klasse und je nachdem in welchem erfahrungslevel man sich befindet und welche fähigkeit man eventuell trainiert hat kann man seinen charakter dahingehend weiterentwickeln da hat man ja sowieso kleine marken und boxen die man dann ja anhakt oder ankreuzt um seinen fortschritt dann anzuzeigen gerade in der kampagne ist das dahingehend wichtig ist eine gesunde anzahl dabei auch an der flexibilität an verschiedenen klassen hier ist man auch nicht unbedingt gebunden dass ein bestimmter hält nur eine bestimmte klasse ausüben kann das ist man total flexibel jeder kann alles werden es gibt zwar gewisse präferenzen die man vielleicht nutzen sollte weil eine klasse die sich vielleicht ja barbarian wie es schon sagt wird er so nahkämpfer sein da wird wahrscheinlich ein bogenschütze nicht allzu viel damit anfangen können aber nicht desto trotz heißt ja wenn ihr einen bogenschützen als anfangsklasse nützt oder der vielleicht die vorteile im fernkampf hat heißt nicht dass sie den ich vielleicht dennoch in die nahkampfschule schickt und ihnen dann den rest des spiels als als nahkämpfer nützt und zu den blöcken noch eins gesagt vielleicht als tipp weil ich habe es dahingehend so gemacht ich finde das immer ganz schrecklich wenn man hier so diese blöcke nehmen muss ja und dann spielt man ein spiel wieder ein zettel weg zu reißen klar kann man es kopieren und dann darauf machen ich habe mir da ein bisschen was anderes überlegt ich habe hier meins laminiert hat zwei vorteile ich könnte jetzt mit einem ja nicht permanent stift drauf malen und diese sachen dann hinterher wieder wegwischen oder ich habe mir so kleine magnete geholt die kann man auch farbig machen wenn man möchte habe auf der rückseite die dann gegen fixiert und dann kann man einfach seine sein fortschritt dahin darstellen dass man die magnete zu den entsprechenden kästchen dann schiebt und so muss man keinen von diesen schönen bürgen dann verwenden ja man hat eigentlich denselben effekt und verrutschen tut es auch nicht selbst wäre irgendwas nur draufstehen und läuft immer gefahr dass es verrutscht bei den magneten ist das eher weniger der fall ja und bevor wir zu den miniaturen kommen natürlich hat das spiel alle jede menge tokens ich habe die ja wie anfangs schon gesagt schon rausgetan das heißt jede menge ist es eigentlich recht übersichtlich und hier die wundmarker dann die einzelnen bereiche auf der karte die werden damit level fortschritt je nachdem wie weit man kommt steigt man dann im level auf die schatzkarten hier gibt es noch mehr wundtokens dann säulen dann ein ausgangsmarker also hält sich relativ in grenzen was das tokengeschäft angeht finde ich aber auch gut ich mag nicht unbedingt so viele kleine pießliche teile irgendwo auf dem brett haben und dem sinne ist das eine sehr gelungene sache das spiel übrigens ist jetzt nicht unbedingt werden groß komplexen dungeon crawler haben wir ich glaube für den ist das spiel nicht das richtige weiß ist die sachen sind nett gemacht mit den waffen und den gegnern mit der variabilität und wie die gegner agieren mit den hell und dunkel bereichen alles toll gemacht aber es ist jetzt kein tiefgründiges spiel wo man ganz überlegen muss welchen zug gehe ich jetzt um dorthin zu kommen und damit ich die in die fähigkeit einsetzen kann es ist solide es macht spaß aber es ist jetzt nicht der tiefgang den man in manchen anderen dungeon crawler kennt aber das ist auch nie die die richtung von von simon gewesen die haben immer die spiele relativ leicht verständlich und leicht strukturiert gemacht die aber dennoch spaß machen ja dann gucken wir jetzt mal in die miniatur dafür nehme ich jetzt mal hier die schachtel weg dann gucken wir mal das finde man schade diese braunen schachteln finde ich nicht so schick von cool mini on not aber es ist praktisch und sie schützen die miniaturen ihr seht es ist ein wahnsinn was hier an miniaturen geboten wird es ist wirklich wer auf miniaturen steht wird um cool mini on not wahrscheinlich nicht umhin kommen weil die qualität auch der und die detailverliebtheit an miniaturen ist wirklich sehr sehr gut und wer es liebt miniaturen zu bemalen und damit zu spielen der ist ja auf alle fälle gold richtig vor allen dingen anhand der menge wird man doch hier eine weile zu tun haben dass vor allem diese sache ist hier mehr schichtig so ich nehme mal hier so zur seite und nehme jetzt mal den ersten bereich hier runter und dann seht ihr jetzt hier schon ich nehme einfach mal ein paar raus dann jetzt hier so einen burgenschützen sehr schön gemacht übrigens haben diese ganzen miniaturen auch immer wieder einen anführer in ihrer gruppe also es gibt so einzelmonster große gegner werden auch nach gleich noch sehen die durch das deinchen ziehen aber es sind auch ganz viele gruppen unterwegs und diese gruppen bestehen immer je nachdem wie viel spieler es sind aus einer bestimmten anzahl und einem anführe und man muss immer erst die gruppe besiegen bevor man den anführe dann ja dieser gruppe dann ja angreifen darf und start dann beute machen kann ja dann gucken wir uns mal noch 23 an haben wir hier noch so ein zwerg mit einem tollen hammer richtig schick okay dann haben wir hier noch ein zwerg mit so einer fleischer axt auch ganz toll und ein vielleicht noch hier so einen org so einen axt schwingenden org also wirklich detail verliebt die ganze sache ja und ja mal macht ihr auf alle fälle viel viel spaß wenn man dann auch die zeit hat diese menge an miniaturen dann irgendwo dann mit farbe zu versehen ich habe damit noch nicht angefangen ich bin ja selbst mit sort and sorcery noch nicht fertig mit bemalen ich brauche da immer ein bisschen länger dafür aber ich lasse mir da auch zeit und stresse mich dahin gehen nicht so dann gucken wir uns mal noch die anderen miniaturen an schiebe ich die mal ein bisschen zur seite geht es hier dann weiter obwohl gucken wir uns erstmal die großen an denn die kommen noch als dritte etage unten drunter ist aber eine kleinere geschichte hier also als kleiner die monster sind schon gigantisch aber halt die schachtel ist immer eins ja so raus und ihr seht das sind diese roaming monsters oder wandernde monster die halt durch den dungeon laufen und den helden versuchen den chaos zu machen sind auch meistens mächtig und haben besondere fähigkeiten besonders viel leben mein absoluter favorit ist hier diese gigantische riesen spinne also die ist wirklich atemberaubend und ja jeder miniaturen fan der wird dieses spiel lieben das haben wir ja noch hier drin das ist dann hier noch so ein flammenhund eine medusa den dämon hatten wir gerade und dann hier so eine art teufel und diese ganzen miniaturen die hier sieht das ist alles das was ihr im basis spiel kriegt also da ist noch keine erweiterung dabei da ist nix von kickstarter exklusiv dabei das sind alles nur die miniaturen die wirklich im grundspiel vorhanden ist und das ist schon eine wirkliche menge und da hat man ganz viel möglichkeiten so gucken wir uns hier hinten mal noch die figuren bevor ich auf diesem foto bereich komme und zwar hier haben wir noch ein paar gegner das sind meist die anführer von denen ja von den minions hier oben von diesen ja kleineren gegnern die dann immer auch dann auch optisch getrennt sind voneinander auch sehr schick hier dieser magier oder bestimmte agenten gibt es auch als wächter also als monster agenten rufen dann wieder andere monster ins spiel hinein auch da ist auch vom sporten her nicht nur das türen öffnen dass man es kalkulieren kann auch gehe ich mal nicht in den raum rein dann kommen auch keine monster nichts ist wenn hier agenten im spiel eine rolle spielen dann rufen die jede runde wieder helfer dazu und ja wenn ja irgendwann zu viele gegner auf dem feld hat dann ist das auch euer abenteuer ganz schnell vorbei so dann haben wir hier oben braun das sind unsere helden die braunen figuren auch hier also detail ist wahnsinn na ihr seht die muskeln hier oben das haben sie wirklich ganz toll gemacht und ja kann man nicht oft genug sagen auch wenn ich jetzt ein bisschen ins schwelgen komme ehrlich gesagt ich bin jetzt nicht so der cool mini or not fan was die spielprinzip angeht aber von den miniatoren da macht denen keiner was vor das ist einfach nur atemberaubend ich kann es nicht oft genug sagen wir haben hier noch schurken oder assassin ok ja was haben wir hier unten das war ein bisschen und wir haben hier ein paar basis ringe die helden könnt ihr euch eine farbe aussuchen werden dann einfach in diesen ring hinein ja geblöbbt und dann könnt ihr mit dieser farbe spielen ist nicht zwingend nötig erleichtert aber das ganze erkennen im spiel doch ungemein vor allen dingen wenn man die miniatur noch nicht bemalt hatten alles ist braun dann helfen diese bunten ringe doch sehr stark ja dann haben wir hier farbig passen dazu so kleine stifter ja wozu sind die stifte da wir haben hier ein richtiges plastik bord als charakter tafel und auch das ist auch für cool mini or not typisch die machen ihre crawler meist sagen so dass die irgendwie ein tableau haben wo man die ganzen gegenstände hinein tun kann und dahingehend ich gucke ob ich jetzt schnell jetzt eine karte finde so würde das dann wie folgt aussehen und zwar wenn man einen charakter hat verlegt man seine charakter tafel hier rein und weiß man schon mal welchen charakter man hat ja und dann guckt man noch für gegenstände zum beispiel für die rüstung legt man das hier oben in den rüstung slot hier rein so und wenn man dann noch eine waffe hat dann kann man diese waffe anlegen in dem fall ist es eine zweihändige waffe das heißt ich darf jetzt hier keine zweite waffe mit reinlegen weil ich ja mit beide hände damit schon belegt habe ja und so wird dann immer wieder das tableau verändert je nachdem welche rüstung man angelegt hat dann hat man hier dafür auch die stifte die markt gesehen haben die lebensanzeige das geht nach oben und nach unten je nachdem ja wie es in dem dungeon bestimmt ist und dann haben wir hier den erfahrungstracker auch hier werden die erfahrungspunkte dann nach und nach dargestellt und die erfahrungspunkte sind nötig um halt dann auf diesen klassensheet was ihr vor uns gesehen habe wo ich dieses laminiert habe diesen diesen bogen den man beschriften kann dann seine fähigkeiten freischalten kann der bereich hier oben sind sogenannte mikro erfahrungspunkte klingt ein bisschen kompliziert ist für die kampagne erforderlich damit ihr ein längeres spielerlebnis hinsicht der erfahrungspunkte habt spielt ihr nur ein einzelnes szenario dann kriegt ihr direkt die erfahrungspunkte hier unten rein und könnt eure fähigkeiten in den einen szenario direkt bis hoch freischalten in der kampagne ist es ja so dass man ja den ersten 1 weil er meistens nur mit level 1 2 oder 3 zu tun hat und um nicht so schnell hier voranzukommen hat sich simon überlegt dann quasi eine art zwischenstufe einzubauen das erst wenn man diese mikro exp hier unten bei fünf hat und wieder bei null angefangen ist erst dann einen weiteren erfahrungspunkt hat ist eine gelungene sache ich habe schon einmal ausprobiert scheint auch wirklich gut balanciert zu sein dass ich das gut ausgeht ja und zu guter letzt würfel ganz viele schöne bunte gibt es auch in jahren verschiedenen arten wer das möchtet ihr bei die haben auch bei würfeln immer eine ganz verschiedene arten die die gerne anbieten zum verkauf mir reichen beim würfel die standardmäßigen sachen aus rot für den stärkeren angriff gelb für eine schwächeren angriff und das gleiche gilt für die verteidigung blau ist glaube ich der leicht die leichtere verteidigung und grün die starke verteidigung je nachdem welche rüstung welche waffe und wie auch immer hat und es gibt auch immer auf diesen würfeln so zusätzliche sachen wie jetzt hier diesen edelstein oder hier diesen diesen blitz dieses ja explodierenden stern dieses wenn das gewürfelt wird triggert auch bei den rüstungen oder bei den waffen je nachdem welchen würfel man benutzt auch bestimmte sonderfähigkeiten noch also da ist auch immer wieder im würfelwurf neue sachen drin die man anwenden kann und macht das ganze ein bisschen komplexer als nur durch das dungeon laufen und zu würfeln und ja was passiert da kann man auch ein bisschen knobeln welche fähigkeiten welche waffen nutzt man bei welchem gegner typ man kann ja auch seine ausrüstung dann auch während des jahr zuges durch das dungeon auch wechseln ja dann haben wir jetzt auch schon alles gesehen was in dieser schachtel drinnen ich persönlich wie gesagt finde es recht viel was man für sein geld hier kriegt also da lohnt auf alle fälle die investition wer einen soliden dungeon crawler mit tollen miniaturen und ja eine gute geschichte haben möchte auch mit wirklich guten komponente mit diesen borden mit diesen ringen und auch mit diesen stiften die man dann herein stecken muss der ist bei massive darkness auf alle fälle richtig dann guckt euch bei erstmal die an ob es dann erwerben wollt oder wartet ganz einfach noch ein paar wochen denke ich mal es wird jetzt vielleicht ende mai oder so werden werde ich versuche hier ein ein regel video dazu zu machen mit dem ersten level und da könnt ihr euch ja mal anschauen wie das ganze so funktioniert wie er sich spielt ob das was für euch ist ja und dann bleibt mir jetzt nur eins übrig noch zu sagen ich werde ja erstens demnächst noch die die addons vorstellen die ihr dazu sind auch da gucken wir uns noch die miniaturen an ich versuche dann immer so 23 addons in einem video zu packen oder vielleicht auch mehr je nachdem wie schnell es geht damit die videos nicht so lang werden ja und ansonsten ja vielen dank fürs reingucken bis zum nächsten mal euer genu